Der Arbeitsmarkt hat sich im Oktober gut entwickelt. Im Zuge der Herbstbelebung ist die Arbeitslosigkeit deutlich gesunken. Die Beschäftigung ist wieder gestiegen. Die Nachfrage nach neuen Mitarbeitern legte weiter zu. Im Oktober waren 2.540.000 Menschen arbeitslos. Das waren 68.000 weniger als im September und 109.000 weniger als vor einem Jahr. Die Arbeitslosenquote sank damit auf 5,8 %. Saisonbereinigt nahm die Arbeitslosigkeit um 13.000 ab. Nach aktuellen hochgerechneten Daten, ich spreche hier vom August, waren 31.460.000 Menschen sozialversicherungspflichtig beschäftigt. Das waren 474.000 mehr als vor einem Jahr. Die Beschäftigung hat in allen Bundesländern und fast allen Branchen zugenommen. Besonders stark gewachsen ist sie im Bereich Pflege und Soziales, in den wirtschaftlichen Dienstleistungen um das verarbeitende Gewerbe herum und im Bereich Erziehung und Unterricht. Der Bedarf der Arbeitgeber an neuen Beschäftigten hat auf hohem Niveau weiter zugenommen. Der Stellenindex BAGS stieg im Oktober um 2 auf 223 Punkte. Er lag da mit 21 Punkte über dem Vorjahreswert. Besonders gesucht waren im Oktober Fachkräfte im Bereich Verkehr, Logistik, Verkauf, Beschäftigte mit technischen Qualifikationen und Fachkräfte in Gesundheitsberufen. Das IAB errechnet auf Einschätzung unserer 156 Arbeitsagenturen das Arbeitsmarktbarometer. Es lag im Oktober bei 103,4 Punkte und signalisiert damit weitere gute Aussichten für den Arbeitsmarkt. Die Arbeitsagenturen erwarten in den nächsten drei Monaten eine Fortsetzung der positiven Trends bei Beschäftigung und bei Arbeitslosigkeit. Das ganze Bild konkretisiert sich auch in den Finanzen. Die Einnahmen sind in etwa auf Plan, bei den Beiträgen sogar darüber. Die Ausgaben sind niedriger als geplant. Es gibt einen Einmaleffekt einer Rückzahlung aus einem Versorgungswerk von 450 Millionen Euro. Wenn ich diesen Einmaleffekt korrigiere, haben wir mit Stand Oktober einen Überschuss von 3 Milliarden Euro.